Wer im Bann der Berge steht, hält sie für ein Wunder sondergleichen. Für alle anderen grenzt diese Faszination an Wahnsinn. Was ist das für eine sonderbare Kraft, die uns in diese schwindelerregenden Höhen zieht? Dieser Lockruf des Berges. Berge sind mehr als eine Herausforderung oder ein Gegner, den es zu überwinden gilt. In der Höhe kann man direkt am Abgrund stehen. Nie fühlt man sich lebendiger, als in dem Moment, in dem man sterben könnte. Oh Gott, take me home! I saw that you went The time that went The feel of me Die Gipfel, die wir erklimmen, sind nicht nur aus Fels und Eis gemacht. Sondern auch aus unseren Träumen und Sehnsüchten. Die Gipfel-Krise Untertitelung des ZDF, 2020